Sie beraten Unternehmen zur betrieblichen Altersvorsorge und wollen Ihnen etwas mit echtem Nutzen anbieten? Bei anhaltenden Niedrig- und Minuszinsen finden Sie das nur außerhalb der Versicherungswelt. Oder Sie sind Unternehmens- oder Steuerberater und beraten Unternehmen auch in Liquiditätsfragen? Anstatt Liquidität aus einer Entgeltumwandlung oder BAV-Beiträgen an Versicherungen abfließen zu lassen, zeigen wir Ihnen nun eine betriebswirtschaftlich einfache und sinnvolle Alternative. Lassen Sie doch die Finanzmittel im Unternehmen arbeiten und machen Sie Ihre Mandanten von Banken unabhängig. Die Lösung dafür heißt Pauschal dotierte Unterstützungskasse Der wesentliche Unterschied zu versicherungsförmiger BAV Die Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, zum Beispiel aus einer Entgeltumwandlung, landen nicht im unberechenbaren Kapitalmarkt und gehen dort durch erhebliche Kosten teilweise verloren, sondern bleiben unvermindert im Unternehmen. Damit kann das Unternehmen teure Bankkredite ablösen oder Maschinen kaufen. Weitere Vorteile der U-Kasse sind Das Unternehmen genießt neben solchen betriebswirtschaftlichen auch zahlreiche steuerliche und bilanzielle Anreize. Der Unternehmer haftet nicht für Risiken auf den Kapitalmärkten und bei Versicherern. Das Unternehmen zahlt die angesparte Summe plus die Arbeitgeberzuschläge bei Eintritt in den Ruhestand in einer Summe aus und nicht als laufende Renten. Das Unternehmen behält als Treuhänder jederzeit den Überblick und die Kontrolle über die U-Kasse wie bei einem langfristigen zinsgünstigen Darlehen. Weil die Belegschaft gewissermaßen jeden Tag ihre eigene Altersvorsorge arbeiten sieht, steigt ihre Identifikation mit ihrer Firma und deshalb kann sich das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Eine U-Kasse lässt sich ganz individuell auf jede Betriebsform und Lohngestaltung anpassen. Wegen der vielen finanziellen Anreize geben die Arbeitgeber häufig 30 oder 50 Prozent zur Entgeltumwandlung hinzu. Manchmal sogar 100 Prozent, denn selbst davon profitieren sie. Und die Arbeitnehmer freuen sich über eine sichere und ordentlich rentierende Altersvorsorge. Deshalb entscheiden sich im Durchschnitt über 80 Prozent von Ihnen bei der U-Kasse mitzumachen. Fast doppelt so viele wie bei Versicherungsmodellen. Nehmen Sie die pauschaldotierte Unterstützungskasse in Ihr Beratungsportfolio auf und positionieren Sie sich mit Liquiditätsgewinn und Mitarbeiterbindung bei den Unternehmen. Weil so Ihre Mandanten auch Ihnen langfristig verbunden bleiben. Wir unterstützen Sie nach Kräften. und Schuldigen Sie in seinemigern. www.resgeos.de Die Website www.masch.de